Ich habe ein Video hochgeladen, das hieß, warum die Meinungsblogger nicht mehr geil sind oder irgendwie so, keine Ahnung. Jeder nennt das Video so, wie er möchte, ich will ja nicht seinen Titel es zoomen. Und genau, der Wincher hat ein Antwortvideo darauf gemacht und wir sind gespannt, wie ein Flitzebogen was der dazu zu sagen. Herzlich willkommen beim nächsten Malungsblogger der Welt. Es geht um ein spannendes Thema. KuchenTV hat es auf seinem iKuchenkanal auch schon thematisiert und sich die Frage stellt, ist die Meinungsblogger-Szene gescheitert? Genau, ich will nochmal kurz sagen, auch weil halt Leute das immer wieder bei KuchenTV ankehlt in die Kommentare schreiben. Ich mache das jetzt halt tatsächlich so, dass wenn jetzt irgendwelche Donations oder sowas reinkommen, dass ich die erst nach dem Video dann quasi beantworte. Weil viele haben sich beschwert, es stimmt schon. Wenn ich halt immer für ein oder zwei Euro unterbreche, mich bedanke, das vorlese und so weiter, das ist halt wirklich nervig so. Kommt mal mehr, mal weniger oft vor. Deswegen machen wir es jetzt immer so, dass ich das halt nach dem Video mache. Wenn ich dann wieder fertig bin, tut ja keinem weh. Wenn dann halt einer weg ist, war er sowieso kein richtiger Zuschauer, dann muss er mehr Geld spenden. Übrigens ist die Meinungsblogger-Blase geplatzt. Und ich fand es ganz interessant, auch darauf zu antworten, weil ich war ja auch Thema und muss auch sagen, einiges sehe ich ähnlich, beziehungsweise kann man so mitgehen. Im Großen und Ganzen, um mich jetzt auch kurz nochmal zu thematisieren, bin ich vollkommen zufrieden, dass ich mit diesem Blödsinn, den man hier macht, also mit den Videos, die man hochlädt und den Livestreams überhaupt, das geschafft habe, gutes Geld zu verdienen. Also ich hatte ja zum Beispiel beim 16-Stunden-Steam einfach mal 600 Euro verdient. In welchen Job verdient man das? Und das habe ich nur euch zu verdanken und dafür erstmal ein fettes Dankeschön. Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit seinem Hobby Geld verdienen kann und deswegen sehe ich das auch so ein bisschen in ein paar Punkten anders, als jetzt zum Beispiel Tim, weil ich das gar nicht so tragisch am Ende sehe. Selbst wenn ein Kanal jetzt nur so mittelmäßig läuft, sollte man ja einfach Spaß dran haben. Also ich hatte nie den Mega-Hype und bin einfach zufrieden, dass eine gewisse Anzahl... Naja gut, also ich meine, das neckt sich ja auch gar nicht mit meiner Aussage. Also ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen schade, weil ich finde, wenn man halt so einen YouTube-Kanal macht und ich meine, da Vinci lebt ja halt auch davon, dann will man doch auch irgendwie, dass das wächst oder nicht. Also ich muss zum Beispiel auch ganz offen zugeben, dass es schon öfter vorgekommen ist, dass zum Beispiel auch mein Kanal irgendwie so gar nicht gelaufen ist, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt in letzter Zeit ist es mir egal, aber früher war das halt so. Dann war ich halt immer irgendwie ein bisschen demotivierter, weil ich mir so dachte, ach Leute, was ist denn los? Und man will ja auch einfach, denke ich mal, so ein bisschen größer werden. Das muss dann jetzt ja nicht nur darum gehen. Ich habe ja auch Spaß daran, aber trotzdem freue ich mich zusätzlich auf, wenn mein Kanal halt richtig gut läuft. Also einfach zu sagen, nee, ist mir egal, finde ich halt so ein bisschen schwach, weil das kommt so ein bisschen nicht kritisch rüber einfach. Man kann sich doch auch einfach damit auseinandersetzen und gucken, ja, ich habe Spaß, aber wo kann ich ein bisschen was verändern? Hast du schon die 800.000? Nee, Bruder, ich brauche noch 1.500 Abonnenten. Ich habe eine Anzahl an Leuten, die abonniert haben, über 50.000 auf dem Hauptkanal. Ich mache zurzeit leichte Plus-Abos sogar, obwohl ich die Abos abgestellt habe. Die Streams laufen gut, obwohl ich meistens zwischen 50 bis 100 Zuschauer nur habe. Und trotzdem habe ich so einen krassen Support. Auch danke nochmal an Tim für den Rate bei Twitch. Da sind auch Leute dazugekommen, die sehr aktiv sind. Wir haben ja auch zum Teil dieselben Mods wie Trapper oder Swissfuchs. Also falls du gerade drauf ratten solltest, grüße ich den raus an Suppenlöffel und Man of Potato. Ne, Digga, es ist halt auch absolut ehrenlos. Also ich sage mal so, guck mal, wenn ihr jetzt 5 Leuten, also es geht an TrapperH und Swissfuchs und so, also wenn ihr jetzt 5 Leuten immer irgendwie was so näht, weil die alle in der Meinungsblogger-Szene drin sind, Leute, so läuft das nicht, Mann. Lass das ganze Geld lieber bei mir, das ist halt viel besser, ja. Ich habe mehr davon und dann sind wir alle glücklich. Ich bin glücklich, das reicht, so, ja. Also ich kann euch natürlich nur den Tipp geben, so, ne, müsst ihr halt wissen, wer euch wichtiger ist. Der, der seine Partnerschaft verloren hat oder die Leute, die einfach keine Arbeit in die Videos stecken. Jungs, ist eure Sache so, ne, ob ich jetzt hier seit 4 Monaten kostenlos Videos mache, einfach so. Kann ich euch nicht wegnehmen, die Entscheidung, ne, aber man kann es ja mal ansprechen, so. Ich bin ja auch von dir Supporter und wie gesagt, da bin ich einfach mega glücklich, dass ich das jetzt auch auf Twitch momentan so steigern konnte und ich muss auch gestehen, dass das bislang mein bester Monat war, generell, seitdem ich YouTube mache, habe ich noch nie so viel Geld verdient wie in diesem Monat. Das ist halt auch auf Twitch zurückzuführen, beziehungsweise durch die ganzen Donations auf YouTube. Ich habe auf YouTube noch nie so viel verdient. Das kann man auf meine Twitch-Streams zurückführen. Ah, Bruder, ja, man kennt ihn, alles klar, Alter. Ja, dann wissen wir Bescheid, ey. Keine Ahnung, wirtschaften und, 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 Superschat-Spenden. Und durch die Klicks habe ich ja sowieso kaum was verdient. Also eigentlich kann es mir fast egal sein, wie die Videos laufen. Wenn die Streams so weitergehen, bin ich eigentlich zufrieden. Nur muss man auch sagen, ganz ehrlich, dass es schon mehr Spaß macht, wenn die Videos einfach besser geklickt werden. Und da muss man halt komplett die Szene. Ja gut, also ich finde auch da ist es halt immer wieder schwierig, gerade bei Twitch oder so weiter, wenn man so die Größe von einem Da Vinci oder so hat, dann davon auszugehen, dass man halt jetzt ganz easy oder sowas davon leben kann. Also bei mir lief es ja zum Beispiel den ersten Monat auch richtig krass. Ich meine, der zweite lief auch gut. Aber man merkt halt schon, dass es so von den Einnahmen her wieder weniger wird. Weil du hast halt irgendwie so diesen Hype, sag ich mal. Du hast diesen Hype am Anfang so und jeder guckt so rein und macht und so. Und das geht halt meistens immer, dann wird halt wieder so ein bisschen weniger. Und das ist halt immer dann schwierig. So ich mache mal hier gerade die Sättigung ein bisschen weniger. Machen wir mal so hier, glaube ich. So ist auf jeden Fall besser. Und genau, deswegen ist es zwar schön, dass jetzt einen Monat oder so oder auch mal zwei Monate bei ihm richtig gut laufen. Aber man muss halt gucken, ob man das dann wirklich auch für längere Zeit so halten kann. Gut, wenn natürlich alle meine Leute dann immer zu dir gehen und da ihr Geld lassen, dann ist das halt so. Meinung zum neuen COD noch nicht gespielt. Kein Kanal läuft so richtig gut, sicherlich. Der von Jasnero hatte so einen gewissen Hype. Aber so richtig gut läuft es jetzt gleich bei ihm auch nicht mehr. Er hat seinen Zuwachs und er kann davon, denke ich, ganz gut leben. Aber es ist halt nicht so, dass er jetzt den Mega-Hype noch hat, wie vor einem halben, dreiviertel Jahr. Bei Firegun ging es ganz bergab. Das habe ich auch so nie kommen sehen, dass das mal in so eine Richtung geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich überlegt, dass der vor einem Jahr den Mega-Hype hatte, ich glaube, der hat in einem Jahr fast 200.000 Abos dazugewonnen, ist das halt echt der Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging. Und ich muss halt auch noch mal zu diesem ganzen Beef-Thema sagen, um das auch noch mal vorzuschieben. Mir ist das scheißegal, wer miteinander Beef hat. Also ich mag Tim, ich mag auch Max und ich mag auch die anderen Jungs. Und wenn ich mit jemandem ein Video mache, dann mache ich mit dem ein Video, weil ich den mag. Wir haben uns seit dem Teil des Songs schon angehört. Es ist egal, wer jetzt miteinander Beef hat. Das wollte ich auch für die Zukunft sagen. Also ich werde sowohl mit Max vielleicht mal ein Video machen, als auch mit Tim. Also ich werde auch dauernd in den Streams gefragt, auf welcher Seite ich jetzt bin. Ich denke, beide hatten ihre Gründe für ihre Videos, dass das jetzt so ausgerufert ist. Ist deren Sache. Mir ist das jetzt auch eigentlich relativ egal. Da ist das relativ sachlich und sportlich. Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Feiergurten wirklich einen Grund hatte, dieses Video zu machen. Aber gut, ich meine, ja, von Da Vinci erwartet man natürlich da auch leider so kein so kritisches Ding. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er jetzt unbedingt Feiergurten irgendwie haten muss. Er hätte auch sagen können, dass ich scheiße bin. Das wäre auch kein Thema gewesen. Aber immer so dieses, sich aus allem raushalten und so. Ich weiß nicht, man. Also es ist nicht so, dass mich das abfuckt, aber ich finde das halt schon komisch, weil jeder Mensch hat doch einfach seine Meinung oder nicht. Also es kann einem ja egal sein, aber trotzdem steht man doch irgendwo insgeheim auf irgendeiner Seite. Und ich wäre Da Vinci auch nicht böse, wenn er sagt, ey, ich stehe komplett auf Feiergurtenseite. So, dann ist das halt so. Ich würde halt trotzdem ihn genauso sehen, wie halt vorher, weißt du. Und das finde ich halt, naja, nicht so cool. Wie lange möchtest du denn noch YouTube machen? Weil das halt sich ja nicht, warte. Weil das hält sich ja nicht für immer. Je älter du wirst, desto weniger Bock hast du doch wahrscheinlich, weil dich andere Dinge mehr interessieren, oder? Naja, ich sag mal zum Beispiel, ich mach ja YouTube seit 2008. Oder ich hab, ja doch, meine ersten Videos hab ich 2008 hochgeladen. Und ich hab ja seitdem auch Spaß daran. Also ich mein, das sind ja schon 13 Jahre. Und gerade jetzt hab ich ja das Stream auch noch für mich entdeckt. Und YouTube macht mir auch generell gerade mega viel Spaß mit dem Vor-die-Kamera-Stellen und so weiter. Ich sag mal, da ist noch kein Ende in Sicht. Und ich denke auch, dass sich die Lust, weiterhin kreativ ausleben zu können, auf jeden Fall noch ein paar Jahre da bleibt. Ich glaube, das ist nix, was auf einmal weggeht. Ja, dann, ja, elf Jahre dann. Elf, nicht 13, aber, ne. Ja, ist ja trotzdem mega lange. Und die sollen ja ihr Ding machen. Und ich mach meins und hab einfach Spaß dran, drauf zu rejekten, was die so treiben. Und ich denke, für euch ist das für die meisten auch so, dass ihr das jetzt nicht zu ernst nehmt, hoffentlich. Und nur das nochmal, um das vorzuschieben. Generell, auf die Meinungslogger-Szene jetzt bezogen, muss ich sagen, dass der Schnitt bei uns allen absolut scheiße ist. Na, auch meiner. Ist nicht das Gelbe vom Ei, geb ich auch zu. Ich denke, meiner ist vielleicht sogar mit dem von Firegon und weiß ich gar nicht, ich würde auch fast sagen, der von Nero ist jetzt auch gerade nicht so berauschend. Also im Prinzip legt man ein Video rüber, macht vielleicht noch ein paar Partikel rein, so ein paar Effekte und legt da die Bilder rüber. Also das ist jetzt bei keinem das Gelbe vom Ei. Auch dieser Equalizer, der ist auch langsam übersättigt, finde ich. Also ich kann den nicht mehr sehen. Tim hat den ja dann auch eine Zeit lang gemacht. Da wurde gesagt, er ist nicht auch noch Tim. Und im Prinzip ist das halt, glaube ich, also haben wir uns alle mit dem Schnitt jetzt nicht krass Mühe gegeben. Der Einzige, der da ein bisschen raussticht, ist auf jeden Fall Jeff. Das muss man glipp und klar sagen. Der hat mich auch dazu inspiriert, ein bisschen mehr Arbeit in den Schnitt zu stecken und zumindest, ich mache zwar auch ein Video drüber. Gut, also jetzt nichts gegen Da Vinci so, aber wo genau gibst du dir mehr Mühe mit dem Schnitt? Also das checke ich jetzt gerade tatsächlich nicht, weil dein Schnitt ist halt nichts gegen dich, aber noch genauso langweilig wie vor einem halben Jahr. Also du hast halt diesen komischen Fahrhintergrund, ja, von irgendwas, was halt gar nicht passt. Dann kommt da manchmal ein Bild davor, da manchmal dein Brian, dieser komische Schwarze und das war's. Also das ist halt, wo hat dich Jeff da inspiriert? Also das ist halt, checke ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Das ist eine komische Aussage auf jeden Fall. Das ist halt diese Retro-Optik, dann lege ich ein paar Bilder rüber, aber es hat so eine gewisse Grundqualität, die ich da reingemacht habe. Und ich denke, das ist auch ganz passabel. Und die meisten haben es auch gefeiert, muss ich sagen. Ich habe da eigentlich sehr positive Nachrichten bekommen. Und ich versuche halt dann immer noch ein bisschen dran umzubasteln. Ja gut, da zum Beispiel habe ich auch schon zwei Nachrichten mit Nero hin und her geschickt. Da habe ich auch schon zwei Nachrichten mit Nero hin und her geschickt, dass man halt, ja, ob man halt wirklich sagen kann, dass unser Schnitt, so sage ich mal, schlecht ist oder so, weil man ja auch so positives Feedback und so bekommt. Das Ding ist, dass ja diese ganzen, ich sage mal so, Meinungsblogger-Zuschauer, ja, die sich halt wirklich so diese, diese Meinungsblogs auch geben, so die Da Vinci gucken, die Kuchen-TV gucken, Feiergurten und so. Erstmal sind die gar nichts anderes gewöhnt, würde ich einfach mal sagen. Also jeder hat das ja so gemacht. Und den großen Unterschied gab es halt nicht. Klar, so ein JF war jetzt vielleicht mal viel besser als die anderen, aber abgesehen davon gab es halt keinen so großen Unterschied. Und die Leute haben einen ja trotzdem abonniert. Die feiern einen ja trotzdem. So, das heißt, wenn du dann mal ein Bild oder zwei mehr machst, klar, sagen die dann vielleicht, ja, es ist eine positive Entwicklung. Aber ich sage mal, von dem Potenzial her, was man halt mit den Videos machen kann, ist das noch meilenweit von dem entfernen, was man da rausholen kann. Und es ist ja klar, dass Leute, die dich feiern, dann halt auch eher sowas, also wenn du halt dir, wenn du halt zum Beispiel mehr Bilder machst oder wenn du den Schnitt ein bisschen bearbeitest, dass das auch Leute sind, die es eher feiern dann. Also ich, was, was musst du ändern, damit alle deine Abonnenten sagen, Digga, der neue Schnitt ist sowas von scheiße. Wenn du genau das Gleiche machst wie vorher, nur dass du vielleicht einen anderen Hintergrund drin hast oder so. zu tauschen. Aber so richtig, ich habe glaube ich das gleiche Problem, was Tim auch hatte. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Hab da aber auch so ein paar Pläne jetzt für die Zukunft überlegt. Auch Tim hat es ja angesprochen, dass er so meinen Schnitt auch nicht so spannend findet. Und er hat ja sich jetzt vor die Kamera gewagt. Und dazu wollte ich halt auch noch mal was sagen, dass man halt so grundsätzlich so ein bisschen auch umüberlegen muss und die komplette Szene vielleicht auch so ein bisschen vielleicht ja den Schnitt überdenken sollte. Weil bei uns allen ist das momentan nicht sonderlich spannend. Wie gesagt, bis auf JF braucht sich jetzt hier keiner hervortun mit dem krassesten Schnitt. Ich denke, wir haben alle fast die gleichen Stockfotos benutzt. Wir blenden halt mal Screenshots von den Videos ein, über die wir sprechen und dann läuft im Hintergrund ein Video und einer benutzt einen Filter, der andere keinen. Also es ist nicht sonderlich spannend. Das gehe ich auch mit. Ich glaube aber nicht mal, dass es jetzt daran liegt, dass jetzt der Schnitt jetzt nicht das Spannendste ist, weil die meisten gucken sich das nicht so wirklich gezielt an. Sicherlich die neuen Zuschauer, das hat er ja auch irgendwie thematisiert, wollen dann schon eher vielleicht was fürs Auge sehen und gucken sich das an und finden es dann vielleicht nicht ganz so spannend. Ich muss aber wie gesagt sagen, seitdem ich das mit diesen Videos habe und dann darüber einfach die Bilder lege, sagen, ey, der Schnitt ist cool, darauf haben die Bock und das gefällt denen. Ja, guck mal, das ist halt auch so eine Aussage. Also ich meine, klar, ich denke schon, dass es halt auch viele Zuschauer bei uns gibt, die halt die Videos vielleicht auch neben dem Zocken oder sowas gucken. Aber man muss ja ganz Real Talk mäßig auch einfach dazu sagen, der Schnitt von fast allen von uns ist so fucking langweilig. Das kannst du außerhalb von Zocken dir auch gar nicht geben, um das einfach mal so hart zu sagen. Geil, Digga, mein T-Shirt ist einfach so ein bisschen weggekitt. Feier ich, Mann. Ja, das heißt, natürlich gucken sich das dann irgendwann an die meisten beim Zocken an, weil die halt wissen, okay, da geht audio-mäßig halt so, äh, da geht visuell sowieso nichts ab. Da kann ich auch nebenbei was anderes machen. Aber ich finde, das spricht ja eigentlich nicht gerade für den Kanal, ähm, dass du es nicht schaffst, die Zuschauer wirklich so krass zu binden, dass die halt vor dem Rechner sitzen und sich denken, Digga, was ist da? Das ist ja geil, Alter. So, und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man halt so Videos macht. Ich meine, theoretisch könnte man auch einfach Schwarzbild hochladen. Das würde wahrscheinlich wenigen Leuten auffallen. Ich finde, das spricht aber erst mal nicht gerade so für die Community und zusätzlich muss man sagen, ich denke, da wird es halt auch schwieriger, neue Leute zu finden, weil wie viele Leute gibt es, die sich sagen, Och Digga, ich suche einen YouTuber, der Videos macht, die ich so neben dem Zocken gucken kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ich zocke oder so, dann gucke ich nebenbei einfach der Held der Steine, weil das ist halt, da muss man nicht so richtig zuhören, so weißt du, das kann man so nebenbei einfach laufen lassen. Ich finde, so ein Meinungsblock, da muss man schon auch noch so ein bisschen aufpassen, was halt gesagt wird, dass man halt auch, damit die Meinung halt richtig rüberkommt, so. Und ich denke schon, dass man gerade da bei seiner potenziellen Reichweite enorm eingeschränkt ist, wenn man halt die Art der Videos macht. Ich meine, guckt euch mal die Meinungsblocker-Szene an. Ich bin der Größte, würde ich jetzt einfach mal sagen, so, ne, weil klar, du kannst theoretisch auch noch einen Julien's Block oder so dazu zählen, aber so von den Bekannten bin ich der Größte, oder von denen, die halt wirklich reingezählt werden, bin ich so der Größte und ich habe nicht mal 800.000. So, also sagt mir eine Szene in Deutschland, wo es, wo der größte YouTuber außer vielleicht ASMR, okay, das kann man auf jeden Fall nochmal durchgehen lassen, aber Technik und Lifestyle, Beauty, äh, keine Ahnung, was noch alles so. Jede Szene hat ein YouTuber mindestens mal ein, mit über einer Million Abonnenten, nur halt die, die Meinungsblocker-Szene überhaupt nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass der Zweitgrößte nach den 800.000 hat gerade mal 250.000. Das ist halt auch, das ist gar nicht so, das kannst du halt wegwerfen. Und ich denke schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass für viele der Schnitt einfach so langweilig ist, ist, dass man sich die Videos auch einfach nicht richtig geben kann. So, also jetzt zum Beispiel, seitdem ich vor der Kamera stehe, gut, ich habe jetzt natürlich auch so ein paar YouTuber-Themen und so angesprochen, obwohl man sagen muss, gut, das habe ich vorher auch immer wieder gemacht, gehen meine Videos zum Beispiel mehr oder weniger ab, auf jeden Fall. Ne, also, dass, ähm, 300.000, gut, 110.000, 230.000, 170.000, Julia Beautix 190.000, das ist schon deutlich mehr als vorher, seitdem ich vor der Kamera stehe. Ne, und, äh, ja gut, die Abos laufen auch besser, klar, ne, und hat natürlich noch auf mich reagiert, da haben wahrscheinlich auch viele noch dazu gedingst, ne, ja, aber ich kriege auch an sich weniger D-Abos, das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Von daher kann man es sowieso, glaube ich, nicht jedem recht machen, ich gehe aber den Schritt mit, dass es vor der Kamera ein bisschen, ähm, spannender wirkt und dann hat man ja auch so ein bisschen mehr Bezug zu der Person und die Leute finden einen sympathisch oder keine Ahnung was und ich muss auch sagen, ich bin meine ganz... Äh, nee, boah, Digga, Jules, ey, 1500 Bits muss ich auf jeden Fall bei so hohen Beträgen sage ich dann doch nochmal Danke. Danke auf jeden Fall und, ey, ich habe gesehen, was du bei Alpha Kevin gemacht hast, Digga, 10.000, nee, 100, 10.000 Bits, das tut mir weh, Alter. Weißt du, was ich mir damit alles hätte holen können, wie viel Gras das ist, ey? Nein, Spaß, aber trotzdem. Ähm, kriegst du eigentlich noch einen kleinen Anteil, wenn ich NordVPN über deinen Link kaufe? Nein, kriege ich nicht, allerdings arbeiten die dann natürlich länger mit mir zusammen, wenn viele Leute über meinen Link kaufen. Ne, und, äh, ja, die feiern mich übrigens, Mann. Ich hab ja, ich schicke ja immer die Videos vorher hin, also, ne, das NordVPN-Ding zumindest und, äh, die haben sich gefreut, dass mir immer noch so kreative Sachen einfallen, die, die halt lustig finden, obwohl ich halt schon fünf Placements oder so für die gemacht hab. Ja, genau. Äh, warum sonst ich mir Danke sagen? Ich mach das dann immer, äh, nach den Videos, weil die, ja, es ist auch dumm so, ich kann die Leute ja auch verstehen, die Uncut-Leute und so, ähm, den Stream unterbreche für eine halbe Minute, um mich halt zu bedanken oder so. Und, äh, deswegen jetzt bei so großen Beträgen, wenn jetzt so 15 Euro kommen oder so, da find ich, da muss man doch sagen, okay, ja, Dankeschön, ne, das ist dann doch so eine Summe, wo man, wo ich mich direkt bedanken würde, aber jetzt für so einen Sub oder für 100 Bits oder auch 30, die ich hier aufkriege, will ich mich jetzt halt nicht jedes Mal bedanken, so, weil ich glaub, das wär einfach zu viel, ja. Kamera hab ich teilweise auch viel mehr Klicks gemacht als heute. Das lag jetzt, glaub ich, auch nicht immer nur an den Themen, sondern vielleicht auch da dran, dass Leute einfach das spannender finden, wenn die Leute von der Kamera sitzen. Eine mir relativ egal, zum Beispiel sitzt ja auch einfach nur von der Kamera und hat 500.000 Abos und viele andere auch, wo man sich fragt, ja, so spannend sind die doch jetzt auch nicht, die haben jetzt auch keine Cuts drin oder weiß der Geier und, äh, den mega aufwendigen Schnitt und trotzdem haben die gute Klicks und ich glaube schon, dass man damit irgendwie was rauskitzeln kann, dass die Leute dann eher bei Leuten sich die Videos angucken, wo die vielleicht auch mal zu sehen sind. Und das ist jetzt auch so mein Entschluss, ähm, den ich auch mitgehe, wo ich sage, also ich hab zwar jetzt diese Osmo Pocket, die ganz gut. Ja gut, ich sag mal, ich find der Vorteil ist halt wirklich, wenn du halt vor der Kamera sitzt, zumindest ist das halt bei mir so. Erstmal find ich, es wirkt ja einfach mal, ähm, wie soll ich sagen, es wirkt, ihr habt halt ein Gesicht einfach so, weißt du, und da kann man halt viel mehr mit Mimik spielen, ich kann Witze viel besser einord, äh, einfügen und so weiter. Also ich persönlich bin mit meinen letzten Videos zum Beispiel, ja genau, persönlicher, das wollte ich sagen, so, und ich selber bin mit meinen letzten Videos halt auch wirklich, ähm, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, also ich feier die gerade selber einfach extrem so und ich krieg ja auch fast nur positives Feedback. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, nee, früher war alles besser, ist ganz normal, aber, ähm, ja, ich find's zum Beispiel so einfach besser und ich denke auch, ähm, dass das einfach viel anseeliger ist, auch für die Leute so, und wenn du auch noch ein Gesicht und so weiter davor hast, denk ich mal schon, dass du halt mehr Zuschauer einfach rankriegst, einfach, weil die dann, deine Videos halt auch mit deinem Gesicht so verbinden, sag ich mal. Ich mein, Da Vinci hat ja eigentlich recht, so ne, mir relativ egal, ich mein, deren Content ist halt nicht gut, so, die ist weder extrem aufwendig, sie labert viel Scheiße und teilweise sind das auch fast schon ungeschnittene Videos, wo sie fünf Minuten redet und trotzdem hat sie 500.000 Abonnenten und ich schätze, wenn sie auch einfach Bilder davor gemacht hätte, hätte sie halt hundertprozentig weniger. Ja, sie ist halt eine Feministe, ne, das darf man halt nicht vergessen, da kommen dann natürlich auch die Subs einfach, aber, äh, ja, ich denke, man, man versteht, was ich meine, ne? Ich hoffe, die hat jetzt nicht ganz so viel, ähm, den Fokus verloren, wie sonst immer, ich hab da jetzt ein bisschen dran rumgespielt, aber ich hoffe, das passt jetzt halt mit so einer Qualität, auf jeden Fall hab ich mir das langfristig, überall Mückenstich, äh, ein Ziel gesetzt, von der ist, der ist voll rot, Mann, ich hab Angst, dass der entzündet ist oder so, kann ich das irgendwie hier reinhalten, ich hoffe, man sieht's ein bisschen, schön Spucke drauf machen, Jungs, wenn's, äh, wenn's juckt. zu kaufen, zu Weihnachten spätestens, und, dort dann auch wieder öfter vor der Kamera zu sein, auch auf dem Hauptkanal, also nicht nur bei den, Achtung, Trash-Videos, sondern vielleicht von, zehn Videos, von diesen Meinungsvlogs und News, dass ich vier mindestens vor der Kamera bin, also jedes Mal würde ich's auch langweilig finden, und ich würd's auch anders machen als Tim, vielleicht auch nochmal, kleiner Tipp an dich, ich würd's irgendwie cooler finden, wenn du auch ein paar mehr Bilder einblenden würdest, und, ähm, ein paar Effekte schaden, dann find ich auch nicht, also nur vor der Kamera zu stehen, äh, zu stehen, glaub ich, äh, oder sich zu stellen, ist auf Dauer dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, versteh ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, also ich soll jetzt auf Zwang mehr Bilder einfügen, auch wenn's halt gar nichts bringt, oder was? Also ich finde, so wie ich das halt mit den Bildern mache, jetzt ist es halt, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas vorlese oder so, blende ich das ein, wenn ich um Videos spreche oder so, dass ihr mir halt folgen könnt, was ich denn jetzt genau meine, so, und das reicht doch, soll ich jetzt aus Zwang, ja, wieder bei Pixabay irgendwelche Gammelfotos raussuchen, wenn ich jetzt mal über, über Facepalm rede, dass ich anstatt, dass ich so mach, einfach ein Bild davon einblende, oder was? Also ich finde, das macht halt nicht so viel Sinn, auf jeden Fall. So, würde ich auf jeden Fall sagen, ich mein, ob er das langweilig findet oder nicht, das ist natürlich ihm überlassen, das muss er eher für sich wissen, so. Scheiße, Digga, jetzt blutig. Digga, ich hasse Mücken, Mann, es ist fucking August, September, Oktober, Mann, es ist Oktober, Ende Oktober, wir haben gleich November, verpisst euch doch aus der Welt, keiner mag euch, ey, so ne Scheiße, Mann. Wenn der, wenn der Arm rot wird, ab zum Arzt kann Blutvergiftung werden. Ne, der hält sich, also der ist schon so, um die Stelle rum ist der rot, aber es wird jetzt nicht schlimmer oder so. Ich lass das mal noch und dann, es wird kalt und sie wollen ins Warme. Wir haben nicht mal die Heizung an, geht doch woanders hin, Junge. Ja, ne, aber wie gesagt, also ich glaub nicht, dass es halt, also es ist natürlich seine Meinung, aber ich finde, selbst wenn ich jetzt zwei, drei Bilder mehr reinklatschen würde, das wär ja nicht spannender. Dann ist doch cooler, meine Mimik zu sehen und meine Gestik und meine Gestikolutionen, ich muss erst mal mein Deutsch wieder updaten und ja, ist natürlich aber seine Meinung so. Das bringt dann glaube ich den gleichen Effekt wieder zurück wie vorher, weil ich finde jetzt vielleicht ein paar Wochen die Leute spannend und dann sagen die auch, oh, ne, ist ja auch nicht so, das Gelbe vom Ei sieht man ja auch auf den Eikuchenkanal. Die Klicks sind jetzt auch so mittelmäßig oder meistens auch nicht so berauschend und da bist du ja auch zu sehen und ich glaube, das ist generell immer so ein Ding, dass man immer sich weiterentwickeln muss und immer so ein paar Sachen verändern muss damit irgendwie das Bild. Ja, also da verstehe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht. Also du kannst doch nicht, Gestikulation, ich glaube, ist nicht mal ein, ich glaube, ist nicht mal ein Wort. Doch, Bruder. Was wollte ich sagen genau? Du kannst doch nicht Freestyle-mäßige Ei-Kuchen-Videos, wo ich einfach nur über private Dinge quatsche, also meistens zumindest, sowas wie Lieblingsfilme oder Lieblingssportart, was weiß ich, ja, damit vergleichen, wenn ich auf KuchenTV richtig gescriptete Videos mache, wo ich halt meine Meinung sage. Also das ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Du kannst doch nicht einfach Äpfel mit Birn vergleichen, nur weil ich mich in beiden Videos zeige. Also der Unterschied dazwischen ist doch trotzdem riesig. Und selbst auf Ei-Kuchen muss ich sagen, wenn ich da jetzt so, ich sag mal, so krasse Themen hatte, sowas wie zum Beispiel, ja, Beef mit Tanzverbot oder so, dann sind die Videos auch oftmals ein bisschen abgegangen. Och, danke schön. Und ein Pflaster, danke. Aber ich, keine Ahnung. Echt? Oh gut. Oh, sehr gut. So, ich mache mir jetzt hier ein Pflaster drauf. Alles klar, genau. Und, ja, deswegen finde ich, kann man das halt nicht unbedingt vergleichen. Ich finde, das ist schon ein riesiger Unterschied von den Videos her. Ja, genau. So, ich mache mir hier ein kurzes Pflaster drauf. Genau, perfekt. Jetzt bin ich wieder heile. der Videos noch besser wird und die ganze Optik generell und ein bisschen spannender wirkt für die Zuschauer. Ich glaube, das ist immer so ein genereller Prozess und ich würde deshalb auch immer so hin und her wechseln. Also, ich werde immer so ganz einfache Videos machen wie jetzt, immer mal umändern und dann ansonsten mich öfters auf der Kamera zeigen und so ein Mix aus den Videos machen mit den Einblendungen und auch vor der Kamera immer mal ein paar Takes einfügen. Ich denke, das ist so ein ganz gesundes, ganz gesünder Mix am Ende und dann bin ich auch mal gespannt, wie es halt weitergeht. Grundsätzlich müssen wir aber auch sein. Du hast ja mal gesagt, dass du die Einspieler nur bringst, wenn du die selber lustig findest. Findest du das wirklich lustig, so vor der Kamera rumzuspacken? Nicht abwertend gemeint. Ich feiere das. Einfach so ein bisschen Energie drin haben, einfach ein bisschen Spannung, ein bisschen Power und so. Tatsächlich finde ich das relativ geil einfach. Ja, weiß ich nicht wieso, aber es ist halt irgendwie einfach so. Ja, ich meine, Humor ist halt von jedem irgendwie anders. Ich meine, ich mache es ja, deswegen finde ich es ja auch gut. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn halt Leute sagen, ja, es ist halt nichts für mich. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ich muss sagen, die Themen sind halt, Ne, es kommt keiner schon nach Kasper. In den Videotren halt nicht mehr so krass. Wenn ich mich mal zurück ins Sinne, vor zwei, drei Jahren, weil es halt mega krank, der hat Mimi ein Video gemacht über Leon und auch Red, dann ging das halt mega viral und alle haben drüber gesprochen und es war immer wieder was Neues. Mittlerweile ist das irgendwie nach zwei, drei Jahren immer wieder dasselbe, was man halt sagen kann und ich glaube, dass die Leute das nicht mehr so schockt. Die Leute interessieren sich noch für Gossip und Trash und allgemein für... Ja, da muss ich aber übrigens auch wieder sagen, ich denke schon, dass die Meinungsblogger-Szene auch heute noch erfolgreich werden kann oder dass die YouTuber erfolgreich werden können, wenn man aber ein bisschen Abwechslung hat. So, das Ding ist, eigentlich die Videos, ich muss hier mal wieder den Mückenstich hier behandeln, die Videos von den Meinungsbloggern, so generell auch von meinem alten Schnitt jetzt, waren einfach langweilig. das heißt, den Inhalt konntest du schon hervorsehen. Du wusstest ganz genau, wenn jetzt ein Kuchenliefer hochgeladen hat, was weiß ich, Leon Machère, der größte Faker oder so, dann wusstest du direkt, worum es geht und du wusstest auch, ja, es wird vorgetragen wie so eine PowerPoint-Präsentation und das war's. So, und dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel vor der Kamera stehe, muss ich halt, denke ich einfach mal, dass halt viele Leute auch automatisch einfach jetzt draufklicken oder auch mehr Leute wieder draufklicken, weil du halt nie weißt, okay, sind da vielleicht wieder lustige Witze oder die Videos unterhalten an sich auch einfach, weil ich mich vielleicht mal wirklich so komisch bewege oder weil ich mal den ein oder anderen komischen Einspieler drin habe. So, ich denke schon, dass das auf jeden Fall halt wirklich hilft und dass man auch durch sowas halt wieder hochkommen kann. Ich meine Mimi zum Beispiel, ähm, wenn der ein Video gemacht hat, ging das ja auch immer mega viral und man muss sagen, ich finde persönlich, Mimi, wenn man ihn zu den Meinungsbloggern dazu zählt, ist es mit Abstand der Beste. Ich liebe die Videos von Mimi, die er gegen andere YouTuber gemacht hat. Also auch gerade, ich bin ja mit Jero so befreundet, ne, aber das Video gegen Jero ist so unfassbar geil und lustig, ich meine, das ist so heftig. Alleine dieses Rennen da, äh, mit dem Staubsauger irgendwie, äh, wo, wo da Mimi alle überholt hat. Ich denke, ihr kennt die Szene. Es ist so episch. Auch das mit Mert, äh, mit den Haaren, wo er dann, äh, mit diesem Auto von Zurück in die Zukunft da rumgefahren ist und dann so, oh Mert, geh lieber wieder zurück in die Zeit, als Mimi dich noch nicht gefickt hat. So trocken und geil, wirklich so. Da wirst du halt 100% unterhalten. Also die Videos von Mimi habe ich mir bestimmt schon 10 Mal angeguckt. Und nicht, weil mich das Thema jetzt so krass interessiert hat, Unterhaltungsding haben wir gar nicht. Wir haben halt nur das Thema und das ist eigentlich schlecht. Weil wenn du nur die Unterhaltung hast, ist das tausendmal wichtiger als das Thema, finde ich. Und ich finde es echt schade, dass Mimi keine Videos mehr macht. Das muss ich auch noch dazu sagen. News, beziehungsweise, hat man ja auch bei diesem HWSQ-Thema gesehen, wenn man in der aktuellen Video raushaut, dass das mega viral geht. Drama wird immer laufen, also Beef. Ja, auf die Mimi-Videos können wir auch mal reagieren. Da habe ich auch Bock drauf. Leute, die Stress miteinander haben oder irgendwelche Scheiße gebaut haben, das werden die Leute sich immer wieder reinziehen. Und da sind wir halt auf gute Storys angewiesen. Also sowas wie bei Marina Joyce vor zwei, drei Jahren, das passiert halt nicht so oft. Bibi wird halt auch nicht jedes Jahr schwanger oder keine Ahnung. Oder Pedro Lombardi und Sarah Lombardi trennen sich jetzt nicht jedes Mal. Und wenn ich immer wissen würde, welches Video jetzt viral geht und welches nicht, wäre ich wahrscheinlich auch ganz woanders. Da hätte ich komplett auf Bromi News gesetzt, wäre mein Kanal wahrscheinlich auch mega durch die Decke gegangen. Das hatte ich mal 2.000, 3.000 Abos, da hatte ich 500, 600.000 Klicks auf die Videos. Aber das wollte ich halt persönlich nicht, deswegen habe ich immer auf verschiedene Themen gesetzt, YouTube-Themen, auch mal Politik. Ich weiß auch, dass die zum Beispiel auch meist nicht von vielen geklickt werden. Trotzdem finde ich das halt wichtig. Und wenn es halt nur 1.000 oder 2.000 Leute gucken, dann ist das halt so. Am Ende hätte ich mich vor drei, vier Jahren darüber gefreut, wenn ich mit einem 1.000. Nein, ich wollte heute mal Modern Warfare ausprobieren. Ich habe mir das geholt für 100 Euro. Deswegen will ich das jetzt gerne mal ausprobieren. 2.000 Klicks nach ein paar Stunden haben. Und das habe ich in der Regel immer meistens fast 10.000. Und deswegen bin ich eigentlich happy. Und ich glaube, bei Tim ist das ja auch so, dass wir auch irgendwie das aus Spaß machen und generell einfach Bock drauf haben. Sonst könnte man das auch gar nicht so in der Regelmäßigkeit umsetzen am Ende. Mit den Videos, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat, Videos zu machen, dann zieht man das auch nicht lange durch. Generell. Ja, also ich habe mir irgendwie die beste Version geholt. Ich habe das bei Blizzard im Shop geöffnet. Es war direkt die Version ausgewählt, die für 99 Euro. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, warum nicht. Und dann habe ich ja geholt, die billigste kostet glaube ich 60 oder so. Aber ich weiß, dass ich eine geile Community habe. Und da kann man das ja einfach mal machen. Ich verkaufe übrigens eine abgebissene Fingernagel von mir. Schreibt einfach rein, was ihr bezahlt. Dann schicke ich euch den per Post gerne zu. Ja, 10 oder Multi heute mal gucken. Ja, dazu kann ich sagen, natürlich hat man halt Spaß an den Videos. Ich finde, ohne Spaß bringt es halt auch nichts, weil dann stürzt du halt auch einfach ab, weil man halt auch merkt, dass du so weniger Zeit in die Videos steckst. Ich finde, man merkt, wenn Leute keine Lust drauf haben, diese Videos zu machen, auch an vielen Sachen. Dann ist zum Beispiel vielleicht nicht so gut recherchiert, dann sieht die Aufmachung nicht so geil. Es wirkt einfach hingeschissen. Ich finde, das kann man schon relativ oft bei den Leuten halt erkennen. Das Ding ist, dass man ja Spaß haben kann und trotzdem das Potenzial des Kanals nutzen. Also ich sage mal, ich glaube auch Leute, die so ein bisschen mehr Richtung Placements gehen und generell erfolgreich oder auch den Kanal optimieren, damit sie wirklich die größtmögliche Reichweite haben, da wird es auch viele geben, die ja trotzdem Spaß daran haben, aber gleichzeitig halt auch das Potenzial einfach nutzen wollen, was sie haben. Und da spricht ja gar nichts dagegen. Und bei DaVinci klingt das jetzt so wie, ja, mein Kanal läuft nicht so gut, aber ich habe Spaß dran. Das eine schließt sich mit dem anderen ja gar nicht aus. Du kannst den Kanal doch trotzdem anders machen, und dass es halt besser läuft und du trotzdem Spaß daran hast. Also das ist doch dann nochmal doppelt so gut einfach. Dass ich das schade finde, dass es bei keinem so richtig läuft. Also ob es jetzt ein Alpha Kevin macht, Minus-Abos. Ich habe auch mehr oder weniger nur leichte Plus-Abos momentan. Dümpel Ewigkeiten schon bei den 50.000, 51.000 Abos rum. Das ist natürlich auch nicht so nicht doll. Da muss ich auch den nächsten Step mal gehen und ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen und sagen, komm, jetzt schaffen wir die 100.000, 200.000. Also das muss ich jetzt auch langsam mal hinter die Ohren schreiben, auch das ein bisschen spannender zu machen in den Videos, dass ich so ein bisschen lustiger wirke und Co. Da gehe ich auch absolut mit. Und schade finde ich jetzt die Tendenz bei Max, also bei Firegurden, dass er halt auch den Kanal so ein bisschen liegen lässt. Das habe ich ihm aber auch privat gesagt. Dass ich mir das wünschen würde, dass der einfach durchzieht. Weil ich glaube, im viertel Jahr, im halben Jahr, werden von 200.000 Abonnenten auch wieder genug Leute, die ihn feiern und sagen, ey, der macht doch eigentlich ganz passable Videos. Hoffentlich nicht. Und die wieder raushaut regelmäßig. Dann würde das, glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Jeff muss einfach konstant seine Videos rausbringen. Dann würde das auch laufen. Der macht, glaube ich, ja auch so ein Mix, den ich auch ganz cool finde. Also zumindest so die letzten Videos waren ja so, dass er hauptsächlich voll der Kamera war und immer mal so Einblendungen gezeigt hat. Und ich fand das eigentlich auch... Guck mal, ich habe so ein Tee-Dings. Da kann ich jetzt mein CBD-Zeug reinmachen. Und dann kann ich mir ein CBD-Tee machen. Aber irgendwie CBD geht bei mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir einen Tee gemacht, bevor ich dieses Ding hatte. Einen Tee, den ich auf dem Balkon getrunken habe. Und ich habe ja mega Einschlafprobleme gehabt letzte Woche. Ich konnte nicht pennen. So ordentlich weggehauen, den ganzen Tee, aber gar nichts. Ich war danach genauso fit wie vorher. Noch fitter eigentlich. Ich hätte zehn Videos machen können. Geht bei dir, Tilli Dean. Davon lasse ich lieber die Finger weg. Macht auf jeden Fall auch Spaß, die Videos sich anzugucken. Und ja, mal gucken, ob Teilzeiträgler noch mal irgendwann wiederkommt. Und ansonsten, ja, sieht das momentan ziemlich düster aus. Es kommt ja auch keiner so richtig nach. Viele haben auch aufgehört beziehungsweise nicht mehr so aktiv wie Artikel 5 zum Beispiel. Grüße hinaus, weil du zugucken solltest. Auch ein lieber Kerl. Aber ich glaube, da hat auch keinen richtigen Bock mehr drauf. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, grundsätzlich bin ich absolut glücklich und zufrieden, dass ich den Blödsinn hier machen konnte. Grüße gehen auch noch mal raus an die ganzen YouTube- und Twitter-Leute und Twitch-Leute, die mich immer supporten und auf Instagram. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe da so eine kleine, richtig nice Community, die mir hilft, hier das überhaupt machen zu können. Das ist nicht selbstverständlich, weil von den Klicks kann ich das alleine halt nicht tun. Also gäbe es halt jetzt nicht Twitch und die Streams und die YouTube-Streams, dann wäre das nicht machbar. Und da großen Dank auch, danke nochmal an Tim für den Raid neulich. Da kamen auch einige mit rüber, die sehr aktiv sind. Trapper und Co. Also unfassbar. Ja, spricht nicht für euch, wisst ihr hoffentlich. Man of Potato, wie die alle heißen. Und Swisswooks natürlich nicht zu vergessen. Und meine ganzen Leute, die immer Nostalgie-Dates-Plays, der ganz locker mal 400 Euro an einem Abend rausgehauen hat vor ein paar Monaten und Co. Also das vergesse ich halt nicht und das ist halt einfach geistesgestört. Ja, wo ist mein, wie hat der gesagt, ich hab den dann wieder vergessen, wo ist mein Typ, der 500 Euro alle paar Monate raushaut? Das ist halt ein Hobby, wo ein bisschen rumsitzen und reakten, teilweise hunderte von Euro verdienen kann an einem Abend und das weiß ich halt mega zu schätzen. Von daher, hab ich halt davon Abstand genommen, mich noch über YouTube zu besperren. Ich versuche mich halt stetig zu verbessern. Die Leute schreiben gutes Feedback runter, die Videos sind gut bewertet und dann kommen die Klicks auch irgendwann wieder zurück. Da bin ich fersenfest überzeugt und werde weiter durchziehen und wann, ob es jetzt in... Naja, ich würde aber nicht sagen, dass die Klicks halt nur deswegen zurückkommen, weil die Videos sehr gut bewertet sind. Also bei mir war es ja auch das Gleiche, bevor ich mein Connit jetzt umgestellt habe, waren die Bewertungen auch super. Die sind jetzt auch super, aber jetzt sind sie halt ein bisschen besser so. Es ist klar, dass wenn halt deine Community die Videos schaut, die sie schon seit Jahren schaut, dass sie die Zeit gut bewerten. Also du wirst es nicht hinkriegen, dass deine Community, wenn du jetzt, außer du hast jetzt irgendeinen Skandal oder sowas am Laufen, dass auf einmal alle deine Videos disliken. Also den Punkt kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Finde ich es ein bisschen kurz gedacht, das Video, um ehrlich zu sein. In einem Jahr oder in fünf Jahren soweit ist. Irgendwann habe ich auch die 100.000 auf YouTube. Ich hoffe, es gibt den Playbutton dann noch, wenn ich schnitze ich mir selber ein und dann wird das ganz schön gerne. Schnitzen, ach so. Da bin ich auf jeden Fall guter Dinge und werde das weiter so gut zu tun. Bruder, danke, Alter. Ich habe jetzt für die Facecam, ich habe jetzt Keylights von Elgatoman. Heute hat es sogar funktioniert, ohne dass es irgendwie so grün ist oder so. Oder wir gucken mal hier, gehen wir zu Da Vinci. Ja, so ein bisschen rauscht es, aber da kann ich leider nichts machen, weil mein Arbeitszimmer ist ja relativ nicht so breit. Es ist ein Spaß. Ich denke, die meisten Meisterschaften geht es momentan auch so. Hoffentlich zumindest. Bis bald und ciao, ciao. Ich habe gesehen, dass du in den letzten 13 Tagen 3,7 Millionen Aufrufe gemacht hast. Wenn das so weitergeht, würde dieser Monat viele deiner guten Zeiten toppen. Nee, ich habe jetzt den Monat 3,6 Millionen oder so. Wir können bei Social Blade ja einfach mal gucken. Ja, finde ich halt auch krass. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich nur noch komplett am Monte liegt, weil ich glaube nicht, dass eine Reaction jetzt immer noch so nachhängt, oder? Also ich kriege trotzdem so jeden Tag noch 600 Abonnenten gerade. Das finde ich schon extrem viel, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und man hat ja nur auf ein Video reaktet. Das finde ich schon relativ heftig auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt gerade in den letzten 30 Tagen 3,7 Millionen, aber das ist für mich halt tatsächlich mega gut, weil gut, hier habe ich Videos gelöscht, aber hier habe ich halt die Partnerschaft verloren gehabt und war halt so bei 2,6 und eigentlich ging es sogar so ein bisschen runter noch und jetzt gerade geht es halt endlich wieder hoch. Und ich weiß nicht, wenn ich vielleicht diesen Monat noch die 4 Millionen knacke, es sind ja noch 3 Tage, ja, hier, guck mal, da gehen auch noch richtig schlechte Tage weg, also vielleicht schaffe ich es, wenn ich es mich jetzt hier so halte, dass ich halt tatsächlich auf die so 4 Millionen komme, dann wäre das halt gut. Dann wäre es aber auch nice, wenn ich halt wieder, wenn ich halt wieder hinkomme, ne, in die Partnerschaft, sonst wäre das halt doof. Ja, hier sieht man auch, ah, lief halt nie so, ne, man hat immer nicht so viel bekommen irgendwie und dann zack, und hier war auch irgendwas. Wann war das? April 2., Mai 2017. Boah, weiß ich gar nicht, aber jetzt komme ich wieder. Krass, es ist einfach der beste, die beste Woche seit 2 Jahren, von den Abonnenten her. Ja, es ist auch einfach krass, ne.